Wir haben uns ein bisschen Metall geholt. Und diese Wege werden wir wohl noch häufiger laufen müssen. Deswegen war mein erster Gedanke, vielleicht direkt in der Stadt etwas aufzubauen. Damit wir nicht diese mega langen Wege haben. Naja, machen wir das halt da oben. Wir sitzen ja alle jetzt im selben Boot. Ich hätte gerne eine Larch-Door, die ich da gerne hinsetzen möchte. Das ist unser erster Versuch, unsere erste Base, die wir hier bauen. Oh, und es ist noch alles da. Sehr geil. Weil, jetzt muss ich wieder was wegwerfen. Ein Holz. Ich muss noch was wegwerfen. Aber was nehme ich denn dafür? Hier Antibiotika. Zwei. Wie schwer ist Holz? Zwei Kilo. Basey habe ich schon abgeworfen. Machen wir es anders. So erstmal. Zwei Holz. Crafting. Wood. Was brauche ich? Was brauche ich? Wartet mal. Door brauche ich. Wood Wall Panel. Okay, machen wir jetzt mal eine Wood Wall Panel. Wall. Plattform. Komponenten. Wood Wall Panel. Zwei Wood Wall Panel. Was? Zwei Laps. Alto Belli. Das würde uns aber noch einiges hier an Ressourcen kosten, um das Ganze zusammen zu craften. Das heißt, ich brauche jetzt wieder meine Axt. Und muss noch mal ein bisschen Holz holen. Gott, da brauchst du ja ewig eine Basis zu bauen. Bist du aber mit ein paar Leuten besser dran. Ich schlage mir das direkt hier aus den Bäumen. Finde ich sehr gut. Bäume in der Nähe braucht sowieso keiner. Bäume werden überbewertet. Oder hat schon mal ein Baum was für euch gemacht? Na, nee, also. So, zwei Wood Wall Panel. Jetzt wollte ich eine große Door haben. Das heißt, einmal Wood Wall Panel. Habe ich jetzt zwei Wood Wall Panel? Ne, Lamm. Ah, okay. Seht ihr? Seht ihr? Komponents. Und daraus mache ich jetzt, aus zwei von denen mache ich... Ach Gott. Gut, wir brauchen noch mehr Holz. Gucken, wie viel der Baum uns hergibt. Wie ertragreich der ist. Gut, da schiebt er uns das Stück Holz mal direkt weg einfach. Oh, ich bin irgendwie auf meine Maus gekommen. Die ist auf einmal derbs langsam geworden. So, jetzt ist sie wieder richtig. Wo ist es hin? Habe ich es? Ne, da holt es. Oh, das brauche ich. So, und dann holen wir uns noch ein Stück Holz. Wow, und da fliegt es weg. Sieht immer aus wie Äste. Immer sehr komisch. So, das sollte jetzt aber reichen, glaube ich, an dem, was wir haben. Äh, wo ist das Holz hin? Ach, da drunter. Ich habe jetzt hier schon, ne? Schön, dass das Gewicht aber abnimmt. Umso mehr wir craften, desto leichter werden wir. Zwei Woodwall Panel und zweimal Metall brauchten wir. Das weiß ich. Das heißt, ich würde jetzt erstmal gerne was abwerfen, damit wir das mitnehmen können. Was nehmen wir denn dafür mal? Wir sammeln alles danach wieder auf. Aber was habe ich wieder aufgesammelt? Kann ich immer noch nicht. Ja, geht der Hammer. Ich muss gleich alles wieder einsammeln. Weil die Muni sehe ich nicht. Ich hoffe mal nur, dass die unsichtbar ist. Das. Large. Was? Zwei Scrap Metal habe ich doch. Metal She. Hä, ich verstehe das jetzt gerade nicht. Also. Ich habe zweimal Steel Metal. Richtig? Richtig. Okay, und für die Door brauche ich... Scrap Metal. Nicht dein Ernst, oder? Zweimal Scrap Metal. Ich hätte das nicht zusammen verarbeiten dürfen. Warum nicht? Ein guter Panel nehme ich mal mit. Obwohl das Auto blüht, habe ich auch gar keinen Platz mehr. Ach Leute, es tut mir leid. Jetzt muss ich nochmal runterlaufen zum Auto. Zwei Slots brauche ich frei. Schmeiß ich weg. Hier kommt Basie. Scrap Metal brauche ich dafür. Ich dachte, ich baue Steel Metal. Aber nein. War ja selten dämlich von mir. Ja, ich weiß. Es wäre eigentlich schon wieder zu Ende. Aber ich möchte mindestens die Tür bauen. Ja, ich habe da so gewisse Ansprüche an mich selber. Und die möchte ich auch gerne umsetzen. Und mich ärgert es, wenn ich eine Folge mache. Und die daran hapert, dass ich entweder was nicht findere. Findere. Finde. Außer es ist jetzt halt super selten. Super selten wäre zum Beispiel das Scharfschützengewehr oder das Scope. Da kann man mehrere Folgen draus machen. Aber sowas wie ein Hammer. Mein Gott. Genauso wie das jetzt mit dieser Tür an diesem Mist hängt. Ich weiß, dass hier vorhin der Mutant war. Hammer habe ich mit. Ich baile mich. Einmal Scrap Metal. Einmal Scrap Metal. Ja komm schon. Will die Tür mir nichts geben? Geht doch. So, zweimal Scrap Metal. Ich will an der Stelle nur mal gucken, ob wir hier noch kurz was zu trinken haben. Ehrlich? Hier nochmal in das Haus da drüber und dann renne ich wieder zurück. Da kommt schon was zu trinken. Mein Gott. Ein verrottet Apfel. Super. Die ganze Zeit lag hier Essen und Trinken im Überfluss um. Ich habe auch nicht mal alles eingesammelt. Ah, guck mal. Dann machen wir es anders. Kein Slot. Nein. Scheiß auf die Antibiotika. Wenn ich die jetzt nicht finde... Also wenn die weg gewesen wären, wäre das so. Aber wir haben immer noch Durst. So viele Trinkdosen stehen lassen. Das kann doch wohl nicht sein. Ja, wir haben aber heute auch ein Glück. Na ja gut. Erstmal wieder zurück. So schnell verdursten wir nicht. Hoffe ich zumindest. Ah, seht ihr mal? Mein Ehrgeiz lässt mich meine Folgen immer länger werden. Und dadurch kann ich weniger aufnehmen. Das ist halt scheiße. Dann komme ich immer unter Zeitdruck. Selbst ein hausgemachtes Problem würde ich das nennen. Hausgemachtes Problem. So meine Freunde. Dann machen wir jetzt folgendes. Zweimal Scrap Metal habe ich drinne. Dann geht das einmal weg. Und ich brauche nochmal einen Slot frei. Dann geht der hier weg. Ach, ich habe mal die Nägel nehmen sollen. Das sah mir nicht lieber auf. Ich weiß ja nicht, was hier noch passiert. Nägel nehme ich das Wood Ding und das Wood Ding. Und jetzt versuche ich eine Tür zu craften. So. Craft. Was? Das jetzt funktioniert. Ich habe keinen Slot frei. Ehrlich? Okay. Wieso habe ich nicht genug mit? Ich verstehe das nicht. Das ist doch Scrap Metal. Scrap Metal. Zweimal Scrap Metal. Einmal Wood Panel. Wood Panel. Ich habe sogar zweimal Wood Panel. Wo ist denn das Problem? Ich verstehe das nicht. Sorry Leute, aber... Ich bin hier gerade ein bisschen überfragt. Scrap Metal? Scrap Metal. Mach zweimal Scrap Metal. Und einmal ein Wood Wall Panel. Wood Floor Panel. Ehrlich? Ehrlich? Schlagt mich bitte nicht. Holz? Holz? Das habe ich jetzt davon, dass es bei mir immer so realistisch aussehen muss. Jetzt kann ich... Okay, ich gehe zur Straße. Ja, so. Daraus... Ein Wood Wall Panel. Denkt dran, ne? Ein 3 brauche ich da. Na, vielleicht kriegen wir noch was aus dem Baum raus. So. Jetzt aber. Wood Wall Panel. Warum nicht? 3, achso. Chip. Davon brauche ich 3 Stück. Halt, 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 halt. Hier bleiben. Sonst muss ich irgendwas ablegen, weil ich tatsächlich zu viel davon allen mit habe. Das ist aber ganz schön kompliziert hier zu bauen, muss ich sagen. Oder man muss es richtig lesen. Wie viel von diesen Packs habe ich denn noch? Gar keins mehr, ne? Shit. Shit. Bis der Baum fällt. Endlich. So, das ist jetzt ein Wood Wall Panel und kein Wood Floor Panel. Muss ich das wieder einsammeln? Aber echt kompliziert. Endlich. Ich darf ja hier auch nicht rausgehen, während er das baut. Also, aber gleich ist die Tür zu groß. Sehr nice. So. So. Ich kann das hier nirgendwo hinbauen, weil hier noch was fehlt, glaube ich, nämlich. Ich weiß, dass das uns grün umrandet wird. Okay. Gucken wir mal, was wir für so ein komisches Schild brauchen. Es wird nämlich tatsächlich gesagt, dass man das braucht. Komponenten ist es nicht. Doors ist es nicht. Das ist es nicht. Lights ist es nicht. Aber das brauchen wir. Insofern brauchen wir Nägel. Die haben wir. Die haben wir. Die sammle ich gleich ein. Nails. Und das brauchen wir noch. Was war das jetzt? Zwei Lamps. Das heißt, wir brauchen wieder viel Holz. Ja, komm, ich mach das. Ich versuch das jetzt noch in der Folge. Die ist halt ein bisschen deutlich länger. Gegen mein Höhlen. Ich würde sagen, da kommt nichts mehr raus. Hallo, pick up. Danke. Und davon brauche ich noch mal welche. So, ihr seht, Craften ist nicht ganz so einfach. Na, okay. Jetzt mach das. So. Aber was? Ja, jetzt benutzt er die Sachen. Da brauchen wir noch ganz schön viele Nägel wahrscheinlich auf Dauer, ne? Hm. So. Jetzt würde ich gerne hier ins Grüne hier hinstellen. Oder in die Mitte. Ich würde es mal hier vorne hinstellen. Wieso kann ich es hier nirgendwo hinstellen? Ich weiß nicht, warum ich das hin und zu hinstellen kann. Es müsste eigentlich grün umrandet werden. Und langsam geht mir auch das Wasser aus. Ich probiere es einfach mal da hinzustellen. Gucken, ob es geht oder nicht geht. Eigentlich soll es grün werden. Ja, super. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Kein Platz mehr. Hm. Doof. Könnte auch nichts mehr mitnehmen. Davon mal abgesehen. Ich würde gerne lieber eigentlich die Biotika erstmal mitnehmen als das Zeug. Dann suchen wir uns jetzt nochmal schnell einen anderen Ort. Das ist ätzend. Ja, seht ihr? Und deswegen kommen überlange Folgen zustande. Wegen so einem Mist. Dann möchte ich das gerne hier haben. Wieso kann ich das nirgendwo hier hinbauen? Ich verstehe das nicht. Oh, hier könnte ich. Ich weiß leider nicht, wie groß da der Radius davon ist. Wahrscheinlich nicht sehr groß. So. Claim, Claim, Claim. Okay. Jetzt habe ich eine Tür. Super, ne? Ja, die kann ich jetzt auch hier überall hinstellen. Aber das machen wir, wie gesagt, lieber beim nächsten Mal. Jetzt habe ich hier das Schild hingestellt. Kann ich das überhaupt noch mitnehmen? Nein! Ich kann es auf jeden Fall heil machen. Das kann man auch irgendwie wieder einsammeln. Pick ab. Ich picke es gleich ab. Ah, muss ich mit der Maus drauf klicken. Ähm, hallo? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kann nicht da drauf klicken. Jetzt habe ich es. So, und aufsammeln. So, doweit bin ich schon. Ich würde sagen, wir suchen beim nächsten Mal. Machen wir weiter. Ich lasse das jetzt, wie es ist. Wir holen uns auch noch was zu trinken. Wir sind ja hier halb am Verdursten. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Die ersten Ausflüge hier beim Crafting. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.